Herzlich Willkommen zum neuen Video bei PERFECT GREEN! Der Herbst steht vor der Tür und heute geht es um allgemeine Fragen zum Thema Herbst. Viel Spaß! Ja, wie gesagt, geht es in diesem Video um allgemeine Fragen zum Thema Herbst. Uns erreichen wirklich unzählig viele Fragen und da muss ich auch erst mal sagen, vielen Dank für die ganzen Fragen, aber muss auch zugleich sagen, es tut uns leid, wenn wir diese Fragen auf Instagram, Facebook, E-Mail etc. nicht mehr beantworten können. Wir haben bald 40.000 Abonnenten. Wir hoffen, dass es dieses Jahr noch klappt. Also von dem her, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann jetzt abonnieren. Wie gesagt, 40.000 Abonnenten ist schon mal richtig cool. Uns freut es mega und uns freut es auch, dass so viele Fragen kommen, aber wir schaffen es einfach nicht mehr auf alle Fragen einzugehen. Und aus dem Grund werden wir öfters solche Videos bringen, wo wir auf die allgemeinen Fragen, so sagen wir 80 Prozent, wird es auf euch auch zutreffen. Werden wir heute darauf eingehen, wie zum Beispiel Thema Regenwurmhäufchen. Kann ich jetzt noch einen Sommer- oder Herbstdünger ausbringen? Was muss ich alles beachten? Kann ich noch nachsehen? Blablabla. Um diese Themen geht es jetzt. Und soviel zum Thema Herbst. Wir haben heute den 3. Oktober und von dem her wisst auch ihr, es wird Zeit, dass man ein paar Vorbereitungen trifft. Und so sind wir auch gleich beim ersten Thema. Viele fragen mich, sag mal Felix, hast du eigentlich auch Regenwurmhäufchen? Ja, ganz viele. Überall wo ich hinschaue, habe ich Regenwurmhäufchen da, da, da und ich kann es auch euch hier mal zeigen. Hier ist es wirklich extrem. Da fängt es wieder an und hier ist noch eins. Ich habe erst gestern die Regenwurmhäufchen weggekehrt und auch hier seht ihr, eins ist platt gefahren und das nächste ist auch gleich hier wieder drauf. Ja, Regenwürmer. Ich bin ja echt froh, dass sie da sind. Ich glaube, jeder ist froh. Es ist ja nichts Schlimmes. Im Gegenteil. Die Regenwurmhäufchen, die Regenwurmhäufchen, die sind schlimm, aber die Regenwürmer, die sind natürlich gut. Die lockern den Boden, sorgen für eine Drainage, damit das Regenwasser einfach tiefgängiger kommt und besser abfließen kann. Was natürlich gut ist, denn wir hatten auch die letzten zwei Wochen bei uns nur Regen. Das war echt Wahnsinn. In zwei Tagen sogar 50 Liter. Das war echt abartig und war auch gar nicht so schlimm, weil ich muss sagen, ich hatte die letzten zwei Wochen wirklich mega viel zu tun in meinem Hauptjob. Ich habe noch einen Hauptjob zu 100 Prozent und dann muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz froh gewesen, dass ich nicht da war, dass ich im Ausland war und mich auch nicht um Rasen kümmern müssen habe. Und ich habe auch hier jetzt die letzten zwei Wochen nur einmal gemäht. Ihr seht, er ist brutal hoch. Er sieht auch nicht so besonders gut aus. Muss ich jetzt auch mal wieder machen, mähen und ich muss auch hier im Spielturm einfach mal allgemeine Rasenpflege wieder betreiben. Und da merkt man ja auch immer wieder, wie schnell es geht, wenn man mal zwei, drei, vier Wochen nichts macht im Rasen. Bei so einem Level ist er ruckzuck wieder hin, sag ich jetzt mal. Und man muss sehr, sehr viel nachholen. Nicht nur Thema Rasen, sondern ihr seht es vielleicht auch hier. Kommen wir zur nächsten Frage von euch. Was ich denn immer mache, wenn ich mal nachsehe, ob ich denn in meinem Steinbeet oder in meinem Rinden Mulch oder, oder, oder keine Gräser habe. Doch, ich habe Gräser. Die wachsen überall raus. Was mache ich dagegen? Alle komplett rauszupfen. Was man auch machen kann, was ich auch ab und zu mal mache, wenn es mir langweilig ist, am Sonntag oder so oder Feiertag. Ihr seht auch das Wurzelwachstum. Das ist jetzt eine Loli und Perenne. Das sieht man ganz gut vom Wuchs her und auch hier am roten Stängel. Und ihr seht das Wurzelwachstum. Das ist halt echt richtig gut schon. Das nehme ich auch öfters und setze es einfach hier ein, wo Regenwurmhäufchen drin ist. Hier kommt es dann rein und dann kann das Ganze wieder verwachsen und der Fladen, der Regenwurmfladen, der von meinem Allettblatt gedrückt wurde, der ist dann somit auch wieder eliminiert. Eine weitere Möglichkeit, statt die einzelnen Gräser zu transplantieren, wäre noch, wir haben letztes Jahr ein Video gebracht, wo ich die ganzen Fladen, die Regenwurmfladen ausgestochen habe mit dem Rasenspecht und habe diese wieder verfüllt mit einer Erde, Sand und Samenmischung. Hat mega gut funktioniert, ist innerhalb von einer Woche wieder angewachsen, neue Gräser gekommen, war richtig, richtig gut. Wir blenden es euch hier oben einfach mal ein, einfach reinschauen. Aber prinzipiell merkt ihr, auch ich habe viele Regenwurmhäufchen. Auch hier ist wirklich alles voll. Da hilft eigentlich nur eins, wenn ihr einen Spindelmäher habt, vorher mit dem Besen abkehren und ansonsten könnt ihr eigentlich nicht viel machen. Das ist einfach Natur. Und das ist auch gut so, denn die Natur hilft uns, damit wir einen schönen Rasen bekommen. Kommen wir zum nächsten Thema, was uns sehr viel erreicht. Jetzt Anfang Oktober. Welchen Dünger soll ich ausbringen? Sommerdünger oder Herbstdünger? Da muss ich sagen, es gibt keine allgemeine Antwort drauf. Es kommt immer darauf an, wo ihr wohnt, wo ihr seid, beziehungsweise was das Wetter macht. Das ist auch immer von Saison zu Saison unterschiedlich. Wie erwähnt, wir haben jetzt Anfang Oktober, der 3. Oktober. Und wenn ich jetzt einen Wetterbericht reinschaue, diese Woche, ihr seht es auch, ich bin noch mit einem Polo-Shirt unterwegs. Wir haben heute über 20 Grad und die ganze Woche ist einfach über 20 Grad gemeldet. Die Woche darauf soll es zwischen 15 und 17 Grad werden. Und da später wissen wir es natürlich noch nicht. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass da noch kein minus 5 Grad und Schneefall kommen wird. Und genau aus dem Grund werde ich heute auch noch mal einen Sommerdünger ausbringen. Ich dünge ja generell alle zwei Wochen mit ganz minimalem Stickstoffgehalt. Mit ca. 7 Gramm. Wir richten uns ja da an die High End Zupina Edition. Blenden wir euch auch irgendwo ein. In der Videobeschreibung findet ihr dann auch die Düngepläne. Ja, wenn jetzt aber allerdings Anfang Oktober wirklich mega kalt wäre, wir hätten schon Bodenfrost. Wir hätten schon auch morgens extrem viel Frost oder generell Frost. Minus 5 Grad oder so in der Nacht und auch tagsüber maximal 10 Grad. Und das auch die nächsten zwei Wochen. Dann würde ich jetzt schon mal eine klitzekleine Prise vom Herbstdünger ausbringen, weil das hilft natürlich auch dem Gras. Kalium hilft dem Gras einfach die Zellwände zu stärken. Aber es soll ja nicht heißen, dass wir jetzt mit dem Sommerdünger noch mal Stickstoff betont düngen. Denn ein Sommerdünger hat ja ein ideales Verhältnis von 1 zu 1. Somit ist auch schon relativ viel Kalium drin. Also zusammengefasst, man kann es nicht pauschal beantworten. Es kommt drauf an, wo ihr wohnt. Auf den Rasenzustand kommt es drauf an. Es kommt auf die Wetterlage drauf an und es kommt natürlich immer drauf an. Von Saison zu Saison ist natürlich unterschiedlich, kann natürlich nächstes Jahr völlig anders aussehen. Kommen wir zur nächsten Frage. Kann ich jetzt noch nachsehen? Prinzipiell ja. Im Herbst ist einfach die beste Zeit für eine Rasen Neuanlage oder Nachsaat. Einfach viel besser als der Frühling, da der Boden noch viel wärmer ist als im Frühling, wenn die Rasensaison erst losgeht. Und deswegen ist auch überall und auch meine ganz klare Empfehlung, wenn ihr nachsehen wollt, dann jetzt. Prinzipiell gilt auch hier wieder zu beachten, der Samen braucht Bodenkontakt und ihr müsst den Samen obendrauf abdecken. Das bedeutet, ihr müsst entweder noch mal eine Sandschicht ausbringen oder ihr müsst eine leichte Erdschicht ausbringen, Blumenerde, Torf etc. Irgendwas, damit der Samen einfach bedeckt ist. Und ihr solltet auch ideal das Gras, die Grasnarbe aufmachen. Und da ist aber etwas Vorsicht geboten, beziehungsweise kommt es drauf an, was ihr machen wollt. Habt ihr so einen dichten Rasen wie ich und ihr wollt einfach nur ein anderes Gras etablieren, dann würde ich darauf achten, dass die bestehende Grasnarbe, die ja schon dicht ist und der Rasen wirklich in einem fast astreinen Zustand ist, würde ich die Grasnarbe nicht zu sehr beschädigen. Weil wir haben immerhin Ende Oktober, nein Anfang Oktober und wenn ihr das Gras so sehr beschädigt, dann hat es nicht mehr so viel Zeit, sich wieder zu regenerieren. Deswegen auch hier, ihr könnt zwar lüften, leicht lüften, die Saat geht trotzdem auf. Das ist meine Erfahrung, auch wenn ihr beim dichten Rasen nur leicht lüftet und ihr schmeißt Samen drauf und deckt es ab, geht der Samen trotzdem auf. Aber wenn ihr jetzt einen Rasen habt, so wie bei meinem Schwiegervater, da ist eigentlich kein Rasen mehr, das ist eigentlich mehr eine Steppenlandschaft mittlerweile, da würde ich ganz klar empfehlen, da könnt ihr auch schärfer lüften oder sogar vertikotieren, denn da könnt ihr eh nicht mehr viel kaputt machen und das alte Gras wollt ihr vielleicht auch gar nicht mehr. Und da könnt ihr dann das Ganze wirklich schärfer und radikaler rangehen, auch nachsehen und alles gut abdecken. Also bedeutet, es gibt da auch keine allgemeine Aussage. Ihr müsst immer darauf achten, beziehungsweise es kommt immer darauf an, was ihr wollt, was ihr erreichen wollt und was überhaupt euer Ziel der Nachsaat ist. Und wenn wir schon beim Lüften sind, werde auch ich sehr viel gefragt, Felix, lüftest du jetzt noch, beziehungsweise im Supina High End Plan oder Professional Plan steht auch noch ein Lüften im Oktober drin. Und da fragen auch ganz viele, kann ich wirklich noch lüften, weil gerade Zwecks Regeneration etc. Prinzipiell, wie gerade schon angesprochen, was Thema Dünger angeht, bitte achtet immer auf die Temperaturen. Ich persönlich, in meinem Fall, wie erwähnt, wird es die nächsten zwei Wochen noch schön. Ich werde heute oder morgen auch nochmals lüften, ganz leicht, nicht im Kreuzgang, sondern ganz leicht, da auch bitte drauf achten. Beschädigt die Grasnarbe nicht zu arg, aber wenn noch was Abgestorbenes drin ist oder durch den vielen Regen noch etwas Braunes drin ist, könnte es ohne Probleme noch rauskämmen. Ihr könnt auch noch würdig hatten, das ist alles gar kein Thema, vorausgesetzt die Temperaturen und die Wetterlage lässt es noch zu und vor allem auch eure Höhenlage. Es gibt natürlich auch welche, die in der Eifel wohnen und die wahrscheinlich auch schon Bodenfrost haben. Von dem her müsst ihr immer etwas drauf achten, wo ihr seid und was ihr macht. Die Regenwurmhäufchen sind soweit weggekehrt. Da ist noch eins. Es ist echt mega anstrengend und ihr seht, was so ein Rasen an Zeit und Arbeit kostet. Das ist echt Wahnsinn. Ja, ich mähe jetzt auch noch und wir werden auch immer viel gefragt. Was mache ich denn, wenn es regnet? Ich habe ja kein Robi mehr. Was mache ich denn? Prinzipiell ist es so, ich bin völlig außer Atem. Prinzipiell ist es so, dass man mit einem Spindelmäher auch bei Regen oder bei nassem Gras mähen kann. Das ist gar kein Problem. Der Mäher sieht danach aus. Seht ihr jetzt auch. Ich habe vor ein paar Tagen gemäht im Regen. Das sieht echt übel aus. Aber prinzipiell kann man mähen. Mit einem Sichelmäher, Mulchmäher wird es natürlich schon etwas schwierig. Ein Robi hat da auch weniger Probleme. Aber wie gesagt, Spindelmäher ist okay. Und ich persönlich mähe auch, wenn es regnet, beziehungsweise also nicht im Regen, aber wenn es einfach mal ein paar Tage geregnet hat, mähe ich trotzdem. Achtet bitte darauf, wenn ihr schwere Spindelmäher habt, es sollte nicht zu nass sein, denn sonst verdichtet ihr den Boden zu arg und die die ganzen Luftporen werden sozusagen verpresst, zerdrückt und dadurch hat euer Gras weniger Sauerstoff. Prinzipiell erreichen uns auch sehr viele Fragen zum Thema, wann kann ich wieder mähen, wenn ich nachgesät habe? Okay, da muss ich sagen, wenn ihr eine Neuanlage macht oder wenn ihr eine Nachsaat macht und euer Altgras ist so gut wie nicht vorhanden, dann würde ich warten, bis das neue Gras circa acht bis zehn Zentimeter hoch ist. Habt ihr allerdings einen relativ dichten Rasen und ihr wollt ihn noch dichter bekommen, dann würde ich sagen, mäht relativ schnell wieder. Achtet darauf, dass das alte Gras nicht über acht Zentimeter wird, das alte Gras, denn sonst ist der Konkurrenzdruck von dem alten Gras gegenüber dem neuen Gras so hoch, dass das neue Gras zwar keimt, aber dann relativ schnell wieder kaputt geht, da es kein Licht bekommt. Deswegen ist es einfach wichtig, ihr müsst darauf achten. Aber wie gesagt, wenn natürlich mehr Acker da ist als Gras, dann braucht ihr auch nicht gleich mähen, nur weil ein paar Halme etwas über acht Zentimeter sind. Da müsst ihr selber mal etwas Gespür bekommen und selber einfach mal überlegen, kann ich mähen, soll ich nicht mähen. Es ist immer ein ganz großer Spagat zwischen Licht bekommen, zu früh betreten, zu stark belasten. Da muss man einfach mal experimentieren und einfach hoffen, dass alles gut geht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich packe jetzt meinen Mäher aus und mähe noch ein paar Runden und ich freue mich. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao. Bis zum nächsten Sonntag. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.